Der vielseitige Moderator Riccardo Simonetti spricht über einen heimlichen Traum und seine aufregenden Pläne. Riccardo Simonetti, Hochzeit nach vier Jahren Beziehung. Ständig klingelt das Telefon. Wo sollen die Gäste schlafen? Welcher DJ wird auflegen? Wie sieht das Menü aus? Riccardo Simonetti, 31, hat derzeit richtig viel um die Ohren. Aufregender Grund. Nach rund vier Jahren Beziehung möchte der Wahl-Berliner bald seinen US-Freund Steven heiraten. Die Vorbereitungen sind stressig. Ich freue mich sehr auf die Hochzeit und noch mehr auf die Ehe. Ich habe keinen Weddingplaner, organisiere alles alleine und bisher genieße ich das auch. Erzählt er im RTL-TV-Interview. Zwischendurch ist er nach Berlin gedüst, um beim Raffaello Summer Day einen Spendencheck über 25. 0,00 Euro für seine Charity-Organisation entgegenzunehmen. Damit setzt sich der Moderator und Autor für mehr Toleranz und Gleichberechtigung ein. Außerdem hat der Social-Media-Star noch einen Traum. Riccardo hat auch die Schauspielerei für sich entdeckt. Im Frühjahr schipperte er an der Seite von Florian Silbereisen, 42, auf dem ZDF-Traumschiff nach Thailand. Gerade hat er ein anderes, größeres Projekt abgedreht, wie er OK verrät. Das kommt aber erst nächstes Jahr raus. Es macht mir großen Spaß. Ich warte nur darauf, dass mich jemand für einen Horrorfilm besetzt. Das ist mein großer Traum, erzählt er. Wird der Horror bald wahr? Der Influencer sieht sich schon in einem Gruselstreifen. Ich wäre auch mit einem kleinen Auftritt zufrieden. Es muss nicht die Hauptrolle sein. Ich liebe wirklich Horrorfilme, gucke viele. Woher kommt nur diese Leidenschaft? Horrorfilme sind eine der wenigen Filme, die einen so aus dem Alter kreißen, erklärt er. Ich bin jemand, der immer zehn Dinge gleichzeitig macht. Wenn ich Fernsehen schaue, bin ich immer noch am Handy nebenbei, schreibe E-Mails. Aber bei einem Horrorfilm bin ich so im Moment. Es reißt mich für eine gewisse Zeit aus der eigenen Realität raus. Das genießt mein Gehirn total und deshalb würde ich selbst gerne mal in einem mitspielen. Bevor es so weit ist, steht aber erst mal seine eigene Hochzeit an. Zum Junggesellenabschied wurde er von seinen Freunden auf Mallorca schon überrascht. Kein Horror, aber mit jeder Menge Spaß, die Ehe kann kommen. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden.